Ladies and Gentlemen, Herzlich Willkommen zurück zu Dungeon Defenders Eternity! So, wir haben das letzte Mal hier die schöne lustige Map geschafft. Ich zeig dir mal ganz kurz mein Equipment. Also ich habe hier eine schöne Krone, ein... ...ein... ...Sea Dragon Scale Pauldrons. Was sag'n Pauldrons? Ich nehm' mal das jetzt irgendwo für die Schulter. Und so weiter und so fort. Schöne Sachen. So, und wir gehen jetzt mal auf die Item Box... ...sagen... ...das da... ...Info Upgrade... ...Hatch. Gehen wir da drauf... ...Info Upgrade... ...Hatch. So, was haben wir jetzt bekommen? Was haben wir jetzt bekommen? Wir haben noch eine Fee? Okay. Und wir haben einen Flame-Bot. Hm. Schöne Sache. So, Hero. Dann, 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 dann... ...Dann, dann, dann... ...Tauschen... ...Äh... ...Kann ich jetzt dann noch nicht hatchen? ...Hatch. Wann ich schon, oder? ...Schau, die... ...Hatch weg. ...Info Upgrade... ...Nö, das geht noch nicht. Okay. So. Wir gehen nochmal auf den Hero. Dann, gehen wir runter auf dieses hier. ...Equippen es mal. Und es ist mittlerweile unser bestes Tierchen-Session. Dann nehmen wir das da... ...und equippen das auch. Dann sind wir... Da haben wir noch eins. Das equippen wir auch. So. Jetzt haben wir alle vier Slots voll. Wie viele, äh... ...Pets man da findet, ne? Schön, 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 schön. So, ab ins nächste. Wir gehen in die Magnus Quarters. Und nochmal bla bla bla. Go! Wir haben gleich eine Session gefunden. Sehr schön. Es kann nämlich durchaus passieren, dass man am Anfang nicht gleich eine Session findet. Und dementsprechend dann... ...ewig am, ja... ...rum warten ist. So, wie sieht es denn hier aus? Ich bestätige schon mal, damit die anderen nicht auf mich warten müssen. Weil ich habe ja noch nix. Wir haben doch nix. Äh... Äh... Hier liegt aber auch rein gar nichts mehr rum. Keine Kiste, kein gar nix. Damit ich hier auch nix machen kann. Na gut. Die Verteidigung, die die hier aufgebaut haben, sieht recht gut aus. Ähm... Kommen hier die Fliegenden? Höchstwahrscheinlich schon. Äh... Normalerweise kommen hier oben dann kleine fliegende oder auch größere fliegende Gegners. Zumindest auf höheren Schwierigkeitsleveln. Und die muss man natürlich auch dementsprechend verwursten. Sonst gibt's gut aufs Maul. Apropos gut aufs Maul. Hallöchen. Oh... Oh... Leckes ist schlecht denn langsam. Alter Fülle. Oh... Pell mir ein Ei ist es langsam. Nee, nee, nee. Seht ihr das hier? Langsam müssen wir von mich hin. Klabust. Vielleicht ist da zu einem recht netten Speed. Huuuhh. Alter, 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 alter. So, wie siehts mit unseren Turmpunkten aus? Achtermann... Ähm, bam bam bam, da sind zwei... Da sind zwei... Das ist eigentlich recht gut. Dementsprechend würde ich mal sagen, dass wir... Oh, die sind ja unter wir zwei. Mal jetzt mit meinem ganzen Mana. Zack, zack. Gut, wir können ja jetzt nicht allzu viel bauen. Ich glaube, das ein bisschen blöd ist. Besonders, weil wir jetzt schon hier alles so hier, ne? Ah, dann wäre ich nicht auf. Habe ich ja auch nichts dagegen, ne? Ah, jünger mal. Damit ist irgendwie nicht besser, als was wir jetzt haben. Zur Erinnerung, ein kleiner, grüner Rand, dann ist das besser. Und man kann es auch direkt daneben. Aber Schaden macht das Messerlöscher ganz gut. Da kann man ja nicht meckern. Aber, äh, Dinge hier, ne? Die Geschwindigkeit ist doch sehr, sehr... Scheiße. Ne? Um hier mal auf einen Punk zu bringen. Irgendwo ist so ein Kack-Healer unterwegs, oder? I do not like Healers. Außer sie healen mich und das machen sie immer nicht. Münze, 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 Münze lang, komm drinnen. Aua. Hör doch mal auf. Es tut doch weh. Oh, da bringen wir die ganzen Dicken hier mit, hier am Arsch hängen. Geh ich mal drüber und sammle mal ein paar Sachen ein. So, was haben wir denn da? Das sind noch schöne Items. Denken wir mal das Geld da unten mit. Besser als meins? No. Es ist besser als meins. Ich kann mich ja wenden. Es ist besser als meins? No. Es ist besser als meins? No. No. Ah, es scheinen aber die Sachen, die besser sind, auch hier hinten groß angesagt zu werden. Store an Itembox. Weil, das hat jetzt nämlich schon durch die halbe Map durchgeleuchtet. So, was haben wir hier? Das nehmen wir jetzt auch mal mit. Ich glaube, Geld war gleich gut, oder? So, es ist hier noch irgendwas nicht auf. Ich hätte Hofe 2. Äh, das ist 2. Was ist denn mit dieser Stolperfalle hier? Die kann ich aufwerten. Ups. Das ist vielleicht irgendein Item in die Lava. Das finde ich aber eher nicht gut, der kleine Dreck. Zack. So. Die haben wir schon schön aufgewertet. Schnappen wir uns hier das Zeug noch. Ja, es ist noch ein wenig zäh, das Spiel. Das wird aber bestimmt noch. Nee, ist das besser, was ich jetzt habe? Nehmen Sie mit. Was auch immer das war. Irgendeines der neueren Items, die ich noch nicht kenne, die in diese unteren Slots reinkommen, wo auch die... Reinkommen. So. Äh, ja. Und jetzt so, Leute? Seid ihr ready to fight? Oder so? Nee? Nicht. Schön. Wir warten noch auf 2 hier. so kleine Nasenbärlis, die hier mal vielleicht auf G drücken sollten. Nee, noch schwer. So, Stufe 2, Stufe 2, Stufe 2. Das da können wir nicht mehr aufwerten, aber das können wir noch einstecken. I need a better sword. Scheiße, jetzt ist es gerade verspunden. Kacke! Da haut es bei mir gleich auf die Grammatik auseinander. Ich hätte nur noch schnell auf F drücken müssen. Ich habe es verkackt. Ah, damn it. Ja, diese lustigen Viecherlitter, meine ich. Aufgewertet. Er hat schon aufgewertet. Aber, Mann. Mützeln! Aua! Ist aber nicht nett hier. Aua! Fliegen sie mich ja alle ums Gesicht, ne? Ich helfe dir mal. Canceled you lack of mana? Deine Mutter hat ein lack of mana. Ich hatte genug. Man kann offensichtlich nicht zusammenarbeiten bei einem Upgraden. Ah, Final Wave! Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man hier in eine schon angebrochene Session reinkommt, kann man natürlich sich einiges sparen an Waves. Und kommen dann direkt weiter und kriegt auch hier so schöne Items. Lass mich in Ruhe, du fettes Rüstliches! Ach, mein Gesicht! Ach, mein Gesicht! Das war jetzt aber geschehen. So, liegen hier schon noch schöne Items für mich. Geld kriegt ihr auf jeden Fall, das nehme ich auf jeden Fall mit. Ah, das ist schon mal nicht besser als das, was ich jetzt hab. Ich seh aber auch nicht diese zwei kleinen Pfeile irgendwo durchschreien. Das war jetzt ganz geschickt, die Runde zu sprengen. Ein Glück sind ja nicht 8 Milliarden Gegner. Nein! Der gut gemachte Cäsar, ne? Der gut gemacht! Geh weg! Na, aber dich machst du das glatt. Du musst nur Schwert verdauen, du musst nur Schwert verdauen, du musst nur Schwert verdauen. Das ist besser als das, was ich jetzt hab. No! Ich will mehr Items, die ich benutzen kann. Ja, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Huhuhuhu, warum es war, es ist besser als das, was ich jetzt hier hatte. Vor allen Dingen möchte ich aber ein schnelleres, stärkeres Schwert haben, weil ich mir dieser kleinen, bisschen kleinen Fuchtelbutter-Messe hier einfach nicht zurecht habe. Das ist mich einfach nicht schnell genug. So, hier haben wir schön Hackbraten gemacht. Greift meine kleine Fee eigentlich an, nö, ne? Das zieht sich gar nicht ein. Es ist übrigens nicht weiter schlimm, wenn ihr Sachen nicht mehr bekommt, wenn die dann verschwinden. Das Geld, was es nämlich eigentlich wert wäre, kam bisher immer zurück. Das heißt, den Verkaufserlös, den ihr erzielt hättet, bekommt ihr auf jeden Fall. Zumindest war es bisher so. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, nicht, dass ich jetzt hier einen Scheiß erzähle. Äh, okay. Also, Defense, Power, machen wir mal mich ein bisschen stärker. Ich brauche mal mehr Attack Speed. Fire Resistance, bla bla bla, Spellcost. Was ist denn mein Attack Speed? Movement Speed kann ich nicht mehr machen. Ach, das war es schon wieder. Bowling Ball Turret ist unlocked. Okay. Haben wir wieder ein neues Türmski freigeschaut hin. Noch nicht besser. Noch nicht besser. Ja, 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 das ist was Besseres, das ist was Besseres. Ich will's haben! Zack. Also, wir haben jetzt schon mal in dieser Runde zwei neue, bessere Items bekommen. Das ist doch schon mal was. So, das ist besser als das jetzige. Das ist auch besser als das jetzige. Ist meine Itembox voll? Jetzt wieder verarschen, oder? Wo ist denn die? Äh, wie lange haben wir noch Zeit? Ein paar Sekunden wahrscheinlich noch, bis der Host hier das Ganze rausschmeißt. Itembox. So, äh, haben wir denn Sachen. Äh, kann ich das jetzt verkaufen? Itembox Show. All Sell Gear, AOFS, okay. Das kann weg. Das kann mal. Wo kann ich das jetzt nicht? Achso, weil da ein Schloss dran ist. Das müsste ich jetzt erst umständlicher machen, aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Sell, sell. Ich verkaufe jetzt nur schnell ein paar Sachen, dass ich hier möglichst schnell weitermachen kann. Die restlichen Sachen zum Aufheben. Gut, dass die so hart reglementiert ist, wusste ich hier nicht. So, dann nehme ich dich gleich mit. Und das bessere Schwert nehme ich auch gleich mit. Lass mich noch mitnehmen. Fuck. Das zweite Schwert, was ich nicht bekommen habe. Weil die immer so schnell sind. So, jetzt können wir aber mal gucken, was in den anderen Eiern drin war. So, also wir werden jetzt mal die Itembox nehmen. Das hier. 5 Upgrade. Hatch. Flam, CC, Horse. Wir haben also ein Seepferdchen. Ach du Scheiße, bist du verstrahlt Seepferdchen. Hehe. Seht ihr das? Das sieht aus wie so eine Quietschfigur, wo man gerade drauf drückt. So, weiter gucken. Äh, wo ist denn da noch ein Öl? Ein Öl. Boah, ich check hier nichts mehr. Vielleicht werde ich noch nicht hatchen können, oder? Schotty Flame Bot. Die haben wir jetzt zweimal. Auch nicht schlecht. Was sind du? Ein Weapon Amulet. Hm. So, mal weiter geguckt. Das können wir eigentlich mal verkaufen. Das ist mir sonderlich gut. Wo sind denn jetzt die anderen? Ich hätte doch mehr. Eier. Eier, oder? Eier, oder? Eier, das hat er gesagt. Eier, das hat er gesagt. Wo sind denn die jetzt alle? Ist doch, belögt ist doch das. Bei denen habe ich eigentlich nur einmal hier stehen. Äh, Filter. All Item Types. Welt Amulet. Armor. Pet. So. Dich haben wir. Und dich haben wir. Aber jetzt kann ich die wieder bei dem Filter nicht bearbeiten. Das ist doch kacke. Blöd ist doch das. 50 und 54. Der ist eigentlich ein bisschen, aber der hat mehr Boni drauf. Ja, es ist dieses große rausgewürfelt. Okay, dann, äh, 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 all Items. Ich muss den Filter wieder rausmachen. Show All. Äh, wieso geht denn das jetzt nicht? Close. So. Also wir wissen auf jeden Fall, dass wir noch zwei haben. Manage Lock All Gear. Sell nicht gelockt ist. Okay, das könnten wir. Aber dann verkaufe ich auch das, was ich anhabe. Dieses Schloss bedeutet, dass man das Ganze gelockt hat. Und wenn man dann auf Sell All unlockt, ist alles weg, was man nicht mit einem Schloss hintersehen hat. Das hier muss ich dann zum Beispiel anlocken, damit ich das hier dann verkaufen kann. Ja. So, wir sehen uns aber in der nächsten Folge wieder. Bis zur nächsten Folge habe ich hier mal ein bisschen aufgeräumt und die ganzen Sachen verkaufe, die ich gerade nicht brauche. Und, ha, den sehen wir noch. Den sehen wir noch. Den sehen wir noch. Äh, kürtel aus. Den kann ich noch nicht hetschen. Ach, ist doch. Okay. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ich hier aufgeräumt habe und euch ein bisschen zeigen kann, wie das Ganze funktioniert. Ciao.